Baby Hängematte. Sie sind auf der Suche nach der richtigen Baby Hängematte. Ich zeige Ihnen hier mein Produkt, welches zu unserer Swing to Sleep dazu gehört. Das ist eine automatische Federwiege, die wir im Komplettset mit dieser Baby Hängematte ausliefern. Was ist das Schöne an dieser Baby Hängematte? Es ist aus einer Baumwollfaser, es ist sozusagen Salino-artig gefertigt. Ich kann leider nicht rangehen, weil der Autofokus in dieser Kamera hier ausgeschaltet ist. Es ermöglicht einem aber, dass eine sogenannte, sozusagen eine Enge entsteht. Das heißt, das Kind fühlt sich gehalten. Durch das Gehaltengefühl, das kennen wir ja durch das Pucken, hat es eine Enge. Durch die Enge ist es dann häufig der Fall, dass es Kinder beruhigt. Das heißt, wir haben einmal die Enge, wir haben das Gehaltenwerden, wir haben die Bewegung, das Schaukeln, welches das Kind von klein auf an im Mutterleib gewohnt ist. Und wir haben eine Begrenzung, die halt dazu führt, dass das Kind den äußeren Einfluss und ein bisschen entzogen ist, sozusagen. Dieses Netz können Sie verwenden bis zu einem Gewicht von 15 Kilo, so wie unsere automatische Federwiege auch. Ich lasse hier nochmal ganz kurz einen Film laufen zu der automatischen Federwiege, als wir auf der Babywelt in München ausgestellt haben. Ja, dieses Netz gibt es in rosa und hellblau. Sollten Sie eine bestimmte Farbe wünschen, ich habe davon gehört, dass manche Papa lieber ein hellblaues hat bei einem Jungen und der andere hat ganz gerne ein rosa bei seiner Tochter. Also, das benötigen wir aber dann in der E-Mail. Möchten Sie mehr Informationen haben oder möchtet ihr mehr Informationen haben zu unserer automatischen Federwiege, geht einfach auf unsere Seite www.swingtosleep.de oder ihr klickt, wenn ihr hier bei YouTube seid, unterhalb dieses Videos auf einen Link und dann kommt ihr automatisch auf unsere Seite. Ich freue mich von euch, von ihnen zu hören. Bis demnächst, euer Mike Schwede aus Schleswig-Holstein. Tschüss! Tschüss!